Ich bin Mig. Ich mache momentan eine Lehre als Automobilmechatroniker, bei der ich meine Freie AG ins Abwöl. In meinem Lehrberuf macht man hauptsächlich v.a. Service an verschiedenen Fahrzeugen und Kundenfahrzeugen, reife Radwechsel, je nach dem mit grösseren Service auch Motorüberprüfen. Also in meinem Lehrberuf muss man sicher konstruiert können arbeiten, das ist ja so, und vor allem auch zügig arbeiten, also Arbeitszenten beibehalten, um gut vorwärts zu fahren. Mein Name ist Cheban, ich nenne mich auch JJ, ich lehre Automobilfachmann, EFZ, bei der Emil Freie AG in Safaville. Das Coole am Automobilfachmann ist, man hat immer wieder Abwechslung, man macht mal wieder ein, mal das, man macht mal wieder dieses und ja, wenn man autobegeistert ist, ist Interesse da. Meine Kollegen denken, dass sie beim Schafen, naja, nur Autos rumfahren, ein bisschen Motorraum rumschauen, ein bisschen rummachen, aber ja, ist mir dahinter. Kommt ganz auf die Wärsche an der Bahn? Ja, er hat mit vielen teuren Autos zu, nicht immer, aber es kommen dann wieder wohl mehrere hundertusend. sure. mr. Bis zum nächsten Mal.